Naja, so oder so, willkommen zu, ähm, zurück zu Potsdamerion Champions mit Marvin 1099. Ja, krass, dass du das das erste Mal gesagt hast und überhaupt erwähnt hast. Aber ich muss kurz, shit, das war natürlich gutes Timing, weil ich muss irgendwie kurz runter zu meiner Pizza. Pizza! Nein! Ach man, jetzt ist Marvin schon wieder allein. Ach man, ich bin immer so alleine. Egal. So, ähm, übrigens an all die deutschen Zuschauer, die das hier sehen, ähm, ich werde dieses Video und all meine anderen Potsdamerion-Videos jetzt auf, ähm, am Kanal am Zadamach-LP neu hochladen und dann, ähm, und, ähm, ich finde, dass ich alles eigentlich benutzt habe, ähm, nur noch als englischen Kanal nutze, werde ich einen anderen Potsdamerion-Videos nutzen werde, zukünftig, ähm, der Kanal, der ist in meinem Kanal verlinkt. Ich mache dann gerade ein paar Re-Uploads von Portal 2, 10 Reasons for, die ich hochgeladen hatte von mir und Marvel. Also, ähm, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Also abonniert den Kanal und, ähm, schaut lieber dort Videos, wenn ihr nur deutsche Videos sehen wollt. Rede muss sein. So, das bedeutet, dass wir erstmal tausend Jahre warten, bis Marvel zurückgeht, damit wir, ähm, ja, weiter, was, wenn es was mit dem Beweis hat, hat er ja auch lange genug gedauert. So, das ist nur nicht ein gutes Timing, Leute. Aber ich denke gerade, man hat mich jetzt eingeladen, hätte ich von ein paar, also. Ja, ich hab dich schon längst eingeladen. Wenn er das nicht gemacht hat, dann werde ich den Deck anscheißen. Ich habe meinen Zuschauern in den paar Sekunden, ähm, kurz mal ein paar Sachen gesagt. Und du brauchst einfach zu lange. Also, wer braucht zu lange? Wer braucht zu lange bei was? Zuschauer, das ist von meinem, ähm, Zweitkanal jetzt schon längst berichtet. Und du hast nicht mal ein Wort davon mitgekriegt, weil ich einfach, weil du einfach zu lange warst. Ja, siehst du mal. Das muss ja so sagen. Das muss ja so sein. Ist ja auch so. Bin so freundlich. Neu tausend Jahre später. Irgendwie habe ich erwartet, dass du schon 10.000 Jahre sind, aber egal. Und ich habe erwartet, dass wir das Spiel neu starten müssen. Was? Achso, ich will. Ich hatte erwartet, dass wir das Spiel neu starten müssen. Achso, du meinst das Spiel. Achso, klar. Ich eigentlich auch, aber es ist doch froh, dass wir es nicht müssen. Bin ich auch. Ich glaube, du musst jeder mal weiter und schauen, was der neue Knopf hierfür ist. Ich mache mir gerade Pizza. Nachdem ich siehe, mein Leid, bloß jung, du schimmst dein Leid nicht, würdest du es wechseln, dann würdest du dich da anstrengen. Dann würdest du danach immer noch genug Zeit haben, um zu schälen. Für mich ist zocken, chillen, also. Gehört für mich zum Schönerz. Aber. Mich übrigens auch. So, Moment. Absgleich. Plus remote view. 9000 Jahre später. 9000 Jahre später. Okay, krass. Okay, das ist Exit. Mit zwei Bällen aufgeht. Du musst ja auch schon auf jeden Fall gehen. Der Klopf ist da dahin. Musst du auch hin. drücken noch mal noch mal bitte das ist da ganz hinter hinter der wand so bist du da oben warte mal du da oben bist du da oben ist er hier okay erst mal schauen was der das bringt uns aber was das bringt uns aber was und ich weiß auch was wenn die würfel und bringen genau bringen darüber und dann schmeißt ihn runter da oben schmeißen von oben einfach runter genau runter ich kann jetzt hier gut gebrauchen so du musst jetzt auch wieder unterkommen du musst auch wieder unterkommen haben ja ich gehe in den raum also genau und dich an den knopf stellen steig da an den knopf an den knopf jo ah einfach mal, nice wenn der Ball irgendwo steht kann er schon nicht wegrollen ähm ich glaube wir brauchen den aber noch, ich glaube wir brauchen den aber noch Marvin auch mehr noch, ja dann nimm ihn halt hallo äh ok warte, muss er da durch? ähm somit recht nicht mal wieder drüber werfen? oder das steht laut na warte ey, komm einfach rein, es ist doch offen, es ist doch offen ja, deswegen frage ich ja, soll ich durchlaufen oder runterlaufen? naja da oben, da oben brauchst du den doch, da, leg ihn da rein, genau da rein, genau da rein, genau hm weißt du nicht, was bringt ah doch das äh ach ich weiß was es ist, da kann ich rein in den raum ok, dann geh dahin bisschen höher ein bisschen höher gewinnen ein bisschen höher auch im zweiten Ball dann müssen wir auch rausgehen wo der dritte ist also dritte, waren das nicht zwei? es war noch drei oder aber ich habe es aber ziemlich aber ich habe es ja schon mal Okay. Dann schauen wir mal. Was runtergehen? Genau. Nehmen wir noch mit. Oh, und Twitch, just like the last time, I can only tell you, I think the streaming quality better if you view Marker stream, but it's your choice. But if anything is wrong, let's stream again, then please tell me. See, I knew it, Hadamard. We need two balls. That was... That was... That was... That was relatively simple. Say it. It's easy. It's easy, that's right. Uh... 107. Seriously. Where are these guys to? This amount of maps. What? Yeah, with so'n englischem Stickernwort. Wenn man Deutsch kann, schreibt man denn tatsächlich kein Deutsch. Das kann er nicht. Der war schon der Zuschauer, der letztes Mal jemals... Ja, du weißt das meine. Ja, meine Frage mal, warum man eigentlich einen deutschen Stream schaut, wenn er englisch ist. Ne, weil er anscheinend... Weil er anscheinend Portal-Mapper ist. Und ich glaube, er hatte irgendwie einfach darauf, dass wir nach dieser Map hier mal seine ausprobieren. Du bist halt nämlich so drauf angemacht. Ja, klar, das können wir machen. Aber ähm... Erstmal starten was zu Ende. Richtig. Also, wir machen es erstmal zu Ende. Also... We make this... Äh... Na, was kannst du eigentlich sagen? Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Sag einfach, was du sagst oder ruhig. Dass wir die Reihe noch fertig machen, bevor wir das Design-Imag spielen. Hat er gesagt. Und deswegen, das war ja dasselbe, der letzte Mal das Team auch schon hier war. Okay. Na dann. Dann. Dann frage mal, von welchem Blatt er kommt. Also... Ja. Muss ich einfach... Drück den Knopf. Drück den Knopf. Okay. Den Knopf. Genau. Das... Das hier. Scheiße. Ach man. Ach so, den Knopf. Ja, okay, drück den Knopf. Okay, stell dich vor den Knopf. Oh, komm, mach ich ja. Ja. Ich bin da. Bleib da. Trotzdem. Nach Sunburstern was... Also zumindest wenn du dich an deine... An unsere Absprache erhältst, weißt du was du dann... Äh, was du dann ist, ne? Ja, klar. Dieses Wochenende. Ich hab' gesagt, ich hab' gesagt, nur dieses Wochenende. Ja, klar. Aber... Und was kann da abmachen? Sondern ich hab' dann... Und du weißt halt, was ich meine, ne? Ah ja, klar. Also würde ich aussprechen. Naja, ich hab' dann... Ja... Naja... 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 Wo geht's weiter? Naja... 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 Ich hab' grad nicht so viel... Weil ich grad bist da... Sondern... Würde ich auf weites rechts... Dafür wollen wir mal vernachsichtig sein. So jetzt komm' rüber. Komm' hier rüber. So, ne Quatsch... Schieß' irgendwo dein Portal. Schieß' da am Portal in. Schieß' da am Portal in. Da. Hier ist da ein anderes. Also nicht das, was da unten ist, sondern genau. Sonst geh' dir auf den Knopf... ja aber dann können wir nur so verteilen wenn du den knopf gehst dann kann ich besser besser verteilen geht doch jetzt auf den knopf kurz verteilt okay ja schade es hat nicht ganz gut hat nicht komplett gereicht dann lass das noch mal genau du machst wieder rein ok da ist es okay gut so okay hat er was war nice schließt mal dann kommt mit drei nicht durch nicht mal notwendig einfach vertrauen jetzt weil sie habe schon gereicht tatsächlich wozu wir dann die fläche gebraucht wer welcher hat diese idee gebracht aber doch gar nicht er weiß schon was im bielpizza chips kopf geht ich meine der name sagt schon aus dass person verrückt ist dann macht er ein portal junge das ist zeitbeschränkt ja deswegen sollte man auch da oben aber war ich trotzdem als mir egal würde ich doch auch ok also du machst wieder da oben einen portal mach ich unbedingt den knopf drücken komm schnell oder was komm ich wollte eigentlich drücken aber ich habe dann verwechselt den knopf mein fehler komm mach ein bisschen schneller ok so ok gut dann diesmal den hier diesmal den hier so genau drüber zur dichtbrücke da junge müssen wir schneller machen das war schon zu spät nimm den ball mit nimm den ball mit nimm den ball mit ich bin mitnehmen weil ich bin ganz schwer schon zu spät ja ist schon zu spät aber im nächsten mal meine ich Junge. Ich mach's nicht so kompliziert. Warte. So. Okay. Okay. So. Kann's durch. Geh rüber. Da hättest du bestimmt auch locker noch hinterher kommen können. Stimmt. Mach ich auch jetzt. Ich komm nach. Muss nur noch kurz warten. So. Okay. Wenn du hier noch rumhängst, löst ich halt das Rätsel. Ich will gar nicht wissen, was das schon wieder zu bedeuten hat. Alter. Okay. Sehr unnötig hier. Sehr, sehr unnötig. Ah. Okay. Äh. Wieso ich das... Alter. Ist aber nicht gut. Nein. Oh, Moment. Moment. Ich komm mal gleich. Ach, Marvin. Ey, Marvin. Wir müssen gleich eine kurze Pause machen. Äh, nein. Du musst eine Pause machen. Ja, meinetwegen. Also können wir's kurz machen und du siehst schon mal den Rest des Rätsels an, um dich nützlich zu machen, du warst schon. Ja. Ist okay? Ja. Ähm. Ich hab schon eine Lösungidee. Wir hätten eventuell... ähm... ...den quasi da drin lassen sollen. Ähm... Der man hätte sich dagegen stellen sollen. Ähm... ...und dann... Das ist ja einer... ...und dann hätten wir da... ...gehend bekommen. Aber das ist ja im Prinzip... ...und... ...sogar hier... ...hat mir die Lichtbrücke gebraucht. Ach, haben wir doch. Ja, ist halt aber da hochgekommen. ...und dann... ...und dann... Er... ...erherrlich gesagt, das ist mir egal. Mir ist nur, wie ich so vorankomm' nicht zurück. Ja, aber... ...er Wetter können wir's mitnehmen. Huiiii 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 Halt auf, hat noch mal schon mal hier sein, oder? Brauchen wir das? Krat jetzt net Oh äh äh boh hentnma! Wohinma! Klar, brauchen wir das, Junge! Ich hab doch gerade gefragt! Du musst übrigens Helmlaut frieren Du machst es immer so überkompliziert, weißt du das, Junge? Hab ja gefragt, ja Wir haben nur ein kleines Problem und dieses Problem ist eins, wo ich nicht weiß, wie wir das lösen. Weil hier ist ein Gitter vor, leider. Und außerdem, ich weiß gar nicht, du kannst auch, glaube ich, gar nicht springen da drinnen. Okay, also wir brauchen es definitiv, aber nicht jetzt. Kannst doch direkt weggehen. Da oben, da geht's doch noch was da oben. Warum sagst du mir das nicht leicht, dass da oben noch offen ist? Ach so, ja, da oben ist offen, aber es bringt uns doch nichts, oder? Also, Junge, natürlich bringen wir was. Geh runter, mach ein Portal bei dem Gel. Geh runter, mach ein Portal bei dem Gel. Hier wird er. Somit macht das andere da. Ah, sie. Ja, was ist da oben? Okay, gut, du hast hier oben. Hier oben ist der drüben. Ich hab ne neue Dicke. Okay, ich lasse dich jetzt für immer da sehen. Ach man. Ich glaube, ich schaff's leider nicht ohne dich. Ja, gut, ich muss doch, ich muss doch zurückkommen, leider. Leider vor allem, ich bin so freundlich. Ne, den Ball mit. Ne, den Ball mit. So, das ist die Frage, wie kommen wir darüber? Ich hab eine ganz dumme Frage, genau. Wie kommen wir darüber? Ähm, hier ist Sperrzone. Gefährlich. Keine, keine Kinderhellen. Mann. Ach man. Ähm, so. Ja. Ja, okay. Wie kommen wir da? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Können wir die irgendwie dreh? Das ist schon da oben. Exit. Da ist ne Türrand beim Exit da drüben. Warte noch mal das orangene Gel gespawnt. Achso, ich glaub ich... Moment mal, Gel! Zwar nicht das orangene, aber ich weiß die Lösung. Du musst zurückkommen und ein Portal hier oben machen. Natürlich. Ich bin so dumm. Ähm, komm zurück und mach hier ein Portal. Alles ruhig. Geh mal, tu den Ball. Okay, 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 jetzt komm. Mach hier oben ein Portal. Hab ich. So, jetzt geh zurück, tu den Ball wie ein, das sei ein Behälter und dann macht ein Portal dein blauen G, du zahlst andere. Okay, mach ich. Achso. Ah, okay. Oh mein Gott. Ah, klar, jetzt weiß ich was du meinst. Superintelligent, ne? Das ist schon mal wieder superintelligent. Ja, dann hätten wir gleich Zeit, hätten wir drauf kommen müssen. Nein. Viel schneller. Ja, wir, wir, ach. Wir sind so intelligent. Da, komm. Ja. Fuck, eben intelligent. Wir haben zu viel komplizierere Sachen mit der Zuschauer. Wir werden das viel schneller machen. Das sind nun alle, jeder einzelne Zuschauer. Wow. Wow. Schau dir diese krasse Tür an. Also ich hab schon gesehen. Nein. Übrigens auch. Total kreativ. Ja. Sehr gut. Aber weißt du was, weil ich Kreativität feier, und dass ich mal welche war, aber ich gerne ironisch bin, geb ich den Daumen nach oben. Oh, alles klar. So. 100a. 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 100b. 1 ich brauche den hier drin aber da kriege ich nicht rein also wir haben schon versagt hat nicht was ja das ist nur schlecht das ist nur das ist das Portal da hinbekommen Alter ist meins ich will gar nicht wissen worum du redest ist mir auch egal macht ein Portal hier macht auch ein Portal aber nicht was mach da macht da ein Portal Mach zuerst da ein Portal, mach zuerst da ein Portal, wo du meinst es. Genau. Genau. So, ok. Jetzt mach das ein Portal da. Jo. Alle zwei! Du hast ein Weikaststrahl. Du hast ein Weikaststrahl. So, ach, Moment, geh nochmal davor, geh nochmal davor. Ah, Mann, sind wir bescheuert. Portal hier, Portal da. Ah, ein Würfel. Dein Würfel gedroppt. Wisch ich nur so gern, wie ihr das helfen soll. Ja, ich auch. Ach, Mann. Bringt irgendwie nichts. Weißt du, was soll das bringen? Wie sagst du, dass es nichts bringt? Wem sagst du das? Kannst du mir doch einen Laser senden, oder? Den senden? Den Laser. Den kann ich dir aber nur an die Stelle senden, wo ich ihn vorhin gesendet habe. Dann respond der Würfel und das kann ich ihn dir nicht senden. Ah, ok. Warte mal, lass mal erstmal rüber gehen. Lass erstmal weiter gehen. Ja. Mal schauen. Das ist gut. Ah, siehst du? Hier brauchen wir einen Laser. Pass doch. Geh zurück, geh zurück. Du kannst direkt zurück gehen. Ach, da muss doch ein Faktorstrahl. Genau. Mach das Ruheportall da. Mach das Ruheportall da oben. Du hast genau. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da! Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Und jetzt springt er wieder hoch. Ah, das geht nicht. Wie immer. Ach Mann. Ok, gut, dann komm zurück. Aber so oder so. Also in dem Fall, bleib hier. Und dann, okay, wir werden Laser. Jo. Geh bitte. Warte. Das Problem ist, dass es genau falsch kommt, weil der muss unten sein, nicht oben. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir brauchen dafür auch zuerst noch was anderes. Ah da, ich hab, ich hab, nee, wir brauchen einen Laser, also in dem Sinne gar nicht. Okay, gut, das hab ich, du kannst direkt von da weg gehen, du kannst von dir von da weg gehen. Von da weg und rüber. Und rüber. Und nimm den Würfel nicht, nimm den Würfel. Und tut dir in den Takt. So. So. Okay. Jetzt kannst du den Takt weg machen. Okay. Dann lass rüber gehen. Auf welcher Seite ist der Tor? Auf der rechten sehe ich. Hm. Vorsicht von Kelly. Gut gemacht. Ball. Sitz. Sitzball. Nein, Ball. Nicht wegrollen. Nicht wegrollen. Böses. Bleib stehen. Gut. So. So. Okay. Also ein Laserwürfel wird hier positioniert. Okay, die müssen durch deine Tür gelenkt werden. Also, ähm, glaube ich zumindest. Oder müssen sie das? Weiß ich nicht. Ah, warte mal, was hier ist? Ja. Nice. Du bist bestimmt so vorgesehen. Frage nur, woher wollen wir jetzt hier einen Laser nehmen? Okay, warte. Dann muss ich für dich Portale... Dann muss ich wieder Portale machen, glaube ich. Dann muss ich wieder Portale machen. Ähm. Aber ich krieg den Laser trotzdem niemals, oder? Mhm. Aber ich brauch hier drüben auch... Kannst mir... Kannst mir... ...einen der Würfel schicken. Ähm... ...wird uns aber nichts bringen, dann bräuchten wir noch einen Würfel, Herr Lamar. Einer fehlt uns, glaube ich, noch. Glaube ich übrigens auch. So, wir haben den da oben. Wir haben... Den hatten wir ja. Ja, das ist der Ball. Das ist der Ball. So. Sicher? Wie haben wir den deaktiviert? Den haben wir doch noch gar nicht rausgeholt, oder? Den haben wir doch noch gar nicht rausgeholt, oder? Ja, aktiviert mit dem... Achso, stimmt! Genau, das... Genau, das muss der letzte Würfel sein. Sag ich doch. Mhm. Okay, warte mal. Dann mach, dann mach. Dann stelle ich wieder davon den Knopf. Dann stelle ich wieder davon den Knopf. Dann stelle ich wieder davon den Knopf. Okay. So trotzdem. Ich hoffe, mein Ball ist drauf sitzen geblieben. Warte nicht. Warte, warte. Ich schau mal so nach dem Ball. Dass der uns ja nicht tot rollt. Den Ball geht's gut. Das ist nice. Okay. So, ähm... Ich bin mir nicht so sicher, dass es nichts bringt. Ähm... So. Warte, bleib! Du sollst da bleiben! Junge, bleib da! Gebe da! Okay. So. Ach so! Ach, jetzt verstehe ich! Glaube ich. Ja. Ich muss nämlich mein anderes Teil da zu dir kriegen. Und dann musst du den Taktorstrahl nach oben und den Laser wirklich reinhalten, damit er dahin geht. Ey, ja, so hab ich das auch gedacht. Deswegen hab ich ja den Waffe geholt. Ey, daaa. Du hast ja bloß raus, wie ich bei dir ein Portal machen kann. Verdammt. Mach nochmal... Mach nochmal ein Portal da! Ey, komm zurück, komm zurück! Mach das Portal da oben! Ey, Moment! Sonst wird's nicht. Mach da oben trotzdem ein Portal, Junge! Gebe da. So, okay. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Ey, warte, 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 warte. Ähm, mal kurz schauen. Scheiße, der ist überall... in überall Gitarre vor. Alter. Der Web-Aussteller wollte wohl nicht dafür zusammenkommen. Der hat uns eiskalt getrennt. Okay. Okay. Halt er mal. Ich muss den Ball noch... Ist da was ohne? Ich muss den Ball noch mal... Obwohl, der kann hierbleiben, der Ball. Den Ball brauchen wir nicht. Also nicht mehr. Ich muss den direkt wieder zurückholen und muss ihn wieder hierher holen. Wollen wir auch für den Traitorstrahl wieder? Okay. So. Die ist auch ... Ich kann dir auch ... Den Laser von dir nehmen oder so. Oder Matt? nein du musst den schon also muss da oben ach so warte ich glaube ich weiß wie ich weiß komm komm hier rüber jetzt macht ein gelbes portal hier ein gelbes portal dort du musst die da ein moment was machst du da junge genau so soll jetzt alle ihn da rein geschafft geschafft geht schon geht schon okay jetzt kann man einfach alle drei würfel mitnehmen so warte ich brauche jetzt ich muss den laser hier lenken genau so moment so genau einmal zack warte kurz warte mal du meinst zweimal weil ich hab schon den ersten gelegt muss noch den letzten legen ich weiß ich tue noch schnell dieses ausrichten der liegt ein bisschen blöd so ja okay okay moment in thousand years later sehr gut und vor der nächsten wir müssen eine kleine pause machen mal bin also ich zumindest auch können jetzt kannst du schon mal ich bin kurz Vielen Dank. 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 Okay. Hello, Marvin. Okay, also, da. Ja, du wirst die Tür also mitbringen. Hallo Marvin. Hallo. Okay. Hallo Marvin. Oh, heute Abend wirst du wieder da. Ja, ich weiß ja, dass du immer nie länger als ein paar Minuten weg bist, aber trotzdem. Du bist überrascht, Junge, du weißt es doch, dass ich nie so lange weg bin. Ich war nicht überrascht, aber da hab ich etwa überrascht gekriegt. Ja, vielleicht würde ich mal sagen, das ist ein Fehler, ich setze dich zu. Ja, ich hab schon ein bisschen geschaut in so Teleportierungsräume wieder. Dieser Typ hat echt mit diesen Teleportierungen. Der hat echt nichts besseres zu tun. Der hat nichts besseres zu tun. Der sitzt eigentlich nur jetzt davon für C und denkt sich, boah, hier in Teleportierungsraum hin. Genau. Wo hast du gekriegt? Naja, besser als nur so Leute. Hallo, bin hier oben. Okay, halt damit. Ähm, wir probieren mal was. Und zwar, bleib mal da. Bleib mal dahin. Und zwar und jetzt Pinkel durch die Tür. Aber noch nicht loslassen. Dann durch die Tür in die Mitte durch und lass mal noch nicht los. Hä? Gut, das sehe ich bei mir nicht, weil da ist ja so ein blauer Strahl bei dir wahrscheinlich, ne? Genau, den sehe ich nämlich nicht. Ich dachte, ich sehe das vielleicht ganz cool gewesen. Ähm. Ja, aber schon, wir können uns auf gegenseitig pinken. Schau, wenn du so machst dann. Geht das? Kann. Also, so geht's. Du musst nur die richtige, richtige Position finden. Dann kannst du durch die Türen pinken. Und dann pinkst du. Ich weiß, warum ich denn hier pinken? Naja, ja. Soll ich jetzt dazu gerne, wo ich den Würfel hinbringen kann? Hallo, Darknest Miles, friend. Hallo, Darknest Miles, friend. Ja, welcher Würfel, Hadamat? Hm? Hadamat, wo bist du? Ja, ich hab nen Würfel hier. Wo ist denn der? Hadamat, woher hast du nen Würfel? Ich stelle ich drauf einen Knopf. Auf den Kopf. Oh, blau. Machst du? Lach dir. Warte, 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 warte. Ok, hier kann ich nicht. Warte, bitte, bitte. Ah, hier. Bittet, bitte. Wohl, ist ein Schrägstrich gut? Hadamat. Schreckstrich! 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 Weil die ist es! Achso! Achso! Dann kann ich ja drücken! Stimmt! Achso! Ähm! Was ist denn da? Äh! Drück bitte nochmal! Danke! Okay! Nice! Du kannst den Gegner zu mir aufwenden! Weil ich hab zwar auch einen, aber ich... Irgendwie krieg's dir noch nicht weg! Komm! Warte! Komm! Ja! Komm, wir! Komm! Ja! Komm, wir! Komm! Ja! Komm! Ja! So! Ja! Ja! dort und auch zwei Würfel ist das Problem mit einem reich ich glaube ich nicht er bekommt kriegst du da nicht raus sehr genau mal rein und schauen wir uns das Problem an ich habe jetzt machen wird aber es ist ein präbier ein erledigt auch ab und er dann bei uns gab es da war ich noch durch ich möchte aber ich bin denn ach so er dann aktivieren wird es vorher ich bin auch schau mal was hier gebunden ist das ist der ja hier oder nein nicht der da hier geht gar nicht selbst wenn es machen würde würde mir nichts bringen weil um die wird auch nichts kennen weil der will dann der an dem gitter geblockt werden okay mach ich habe die lösen ich habe die lösen kommt wieder unten kommen wieder unten er hat mich dadurch der das beurte ich denke und da auch zu Prozent da und aktiviert den Traktor Strahlen sehr gut Traktor Strahlen wird aktiviert, bitte warten danke so ich hab's direkt mitbringen das wird aktiviert dann haben wir einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wie auch immer das weitergeht ich fragte keine Ahnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so ich kann aber die Zahlen nicht richtig aussprechen aber weiter weiß ich es aber auch nicht ich glaub ich kenn nur 6 oder so 6 6 6 ne sie ist jetzt voran ich hab keine Ahnung naja egal interessiert eh keinen eben ob ich dich irgendwo unterkriegen könnte vielleicht mit hoch hm 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 warte mal warte mal warte mal warte das ist wieder da da ist wieder da das ist ja das ist glaube ich der umweg falls man stirbt oder so aber warte mal hat er macht kann ich dann nicht auch da hoch du musst einfach nur sterben da ist hier falsch ich weiß nicht oder als zurückgehen zurückgehen heute falsche tür doch nicht aber ich kann trotzdem Was hast du da? Warte mal, ich muss einfach kurz den Stream noch starten. Man scheint das engelte, wenn ich gerade vor kurz gegangen bin. Ohhhh. Mal kurz. Ist er... Ist er wiederum geht? Hallo? Das ist wiederum. Ist er wiederum geht? Ich bin hier hoch gekommen, Arl. Stuhl, Junge. Ich hätte die Würfe geholt. Ist er hoch gekommen? Die brauchen wir da unten nicht. Hallo, ich bin hier hoch gekommen, jetzt antworte doch mal. Ganz einfach, da vorne ist doch offen. ich bin doch drauf gekommen du bist nicht drauf gekommen diesmal das tut so weh dass du mal recht hattest und ich mann alles klar aber kommt immer gegen den button oder wollen wissen die umdrehen er hat auch mir machen machen einfach mal hier kommt wieder hoch auch ich möchte das nachschauen ja ja schau nach was du nachschauen willst ob twitch wieder probleme macht mit meinem stream wahrscheinlich würde ich ja so mögen das zu tun deswegen schau ich jetzt mal nach schau ich bin ich auf jeden fall live ich schau mal kurz nach meinem handy da kann ich auch mal ich habe keine produkte unterstützte werbung okay also tritt doch da habe ich gerade eindeutig gehört ja ja nervt nicht du nervige werbung also geht es geht mein stream warte werbung jetzt ist er jetzt geht auf jeden fall nicht weil port ist abgestürzt nein nein port ist abgestürzt doch er geht ja jetzt ist er aufgestürzt aber bei mir würde der stream nicht beendet werden nur weil mein portal abstürzt das sieht aber ein extra jetzt weil ich jetzt weiß ich dass es noch wenn man schafft wird wie YouTube zumindest läuft das nicht vielleicht noch mal den Schrott Aber mein einziger Zuschauer hat mich verlassen zu ihm. Er hat dich verlassen. Ohhhh. Das A, der A, der Hala was. Tut mir so leid. Für dich Hala was. Eigentlich nicht, aber bei euch tut das aber vielleicht auch nicht. Die von dir. Ach man. Ob ich es wirklich ernst meine? Seht ihr? Niemals. Nein. Wenn man sie ernst traut sie mich. Ich glaube in keinem Wort, schau dir an mir vorbei. Nicht passen. Schau dir an mir. Ihr müsst die bei dir auf jeden Fall besser als bei mir. Auf jeden Fall hundertprozentig. Und eine Frage. Dem kannst du nur zu stimmen. Nein. Du bist ja ja nicht so ein Idiot. Na gut, dann können wir wieder, kann man wissen. Du verstehst mich, Hala Matt. Du lass drücken. Bleib gehen. Du hast drücken. mich wundert die ganze Zeit, dass ich ähm, da wir streamen ja die ganze Zeit Portal 2. Aber wir werden in Twitch nie angezeigt unter Portal 2. Und. Und? Und? Ich will ja nur die Wahrheit leiser. Ich werde gar nicht. Ich werde gar nicht. Ich werde gar nicht. Ich werde gar nicht. Ich werde gar nicht angezeigt. Und ich verstehe nicht warum. Oh, das ist ein ganz normaler Screen, wenn ich da jetzt raufgehe, da ich die ganz normal anschauen. Ist das? mau,druck den Knopf! Ich mach dir mal! hier Ah, das wär gut! Wir haben schon genug Zeit verschwinden Man kann immer Zeit verschwinden, aber was? Immer Nein, du kannst doch nur noch am Wochenende Zeit verschwenden. Die Zeit möchte ich dann wenigstens ausnutzen. Früher war es auch mal öfters online. Ich bin voll traurig, dass du es nicht mehr bist. Also, lass mir wenigstens die Zeit ohne noch hier, bis die Freunde da und du weißt schon was du. Wenn wir den Würfel runterbringen. Ah, da kommt ein Dreieck, ja gut zu wissen. Da kommt man also an den Knopf. Achso, genau Dreieck. Okay, jetzt merken wir uns mal, merken wir uns. Wir bringen jetzt das nachher den Würfel. Ich wollte gar nicht mehr. Genau, stell dich für den Knopf. Stell dich für den Knopf. So. Ähm, genau. Stell dich hier vor den Knopf der... Nein, du weißt schon. Jo. Du sollst abbleiben, Junge! Aber jetzt muss ich das noch mal neu machen. Also das den Würfel. Ich fahre nur an den Streitern. Oh mein Gott. Das tut mir so leid. Oh, das ist eigentlich ein Gang da hinten. Warte mal, das ist eigentlich ein Gang da hinten. Warte mal, das ist eigentlich ein Gang da hinten. Ja, guck mal. Und da ist auch ein Lichtprogramm. Sonst ist das überhaupt nichts. Ja. Na dann. Na nein, hast du! Scheiße. Was? Ist das jetzt meiner oder jetzt deiner? Ist das jetzt meine oder jetzt deine? Okay, das ist auch meine. Warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nicht so schnell, nicht so schnell. Du bist ein bisschen Fehler für dich. Mach' ich auch noch so'ne Schande. Hätte ich nicht... Habe ich nicht vorgehabt, oder was? Habe ich nicht vorgehabt. Es ist schön genug, dass ich so dumm bin. Hallo, du musst bei den Knoppen auch ausstellen. Ach so, ja. Ich dachte schon, ich war ja vergesslich. Bist du auch, aber ich noch mehr. Boah, er gibt's endlich zu, denn alles. So, ich geh jetzt endlich zu, Alter. Schau mal kurz, ob das da hinten läuft. Warte, ich möchte kurz, ich möchte kurz mal schauen, ich möchte kurz... Ja, da kann man jetzt einfach hoch. Und jetzt... Dreieck ist irgendwas... Dreieck ist da hinten, ich weiß, wo Dreieck ist. Dreieck ist da hinten. Und genau das noch, was ich meinte, warum ich das vier gemacht habe, das vier aktiviert und vier gestauten. Okay, kompliziert. Okay, gut. Krieg's bitte. Ich hab den Knopf. Ich hab den Knopf. Nun? Wohin sollen die hin, hast du schon geschaut? Wohin sollen die hin? Wohin? Ja, da braucht man erst... Ja, da braucht man die Lichtgruppe, die von da drüben ausgehen. Und dann kann ich die dort drei aktivieren. Hm, okay. Aber dann brauchen wir erst mal die Lichtgruppe, oder was? Dann kannst du da drüber aufkommen. Eben. Äh, geh mal dagegen. Geh du da, geh du da, geh du da, geh du da, geh du da. Geh du da, 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 geh du da. Mach's. Warum mir? Außer weiser. Ähm. Warte, 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 warte. Wei ding. Hm, okay. Okay, so. Einmal mit Profi-Frau. Ähm. Ich geh mal in der Normalen. Warte, warte, bleib doch da, du sollst da bleiben! Du musst das nochmal machen, weil es total geschlossen ist. Mann. Warte. Du musst schon da bleiben bei dem Knopf. Hab ich nicht gedacht. Warte. Ich krieg mal raus. Ich krieg mal raus. Ja. So. Ah. Oh, geil. Das bedeutet... Ich trelle in meinen Raum mitgehen. Ja. 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 Ne. Ja. Ja gut. Ja. Aber Breig ist da oben! Jetzt der Tür da, die ist doch, du bist doch oben! Alter! So! Das kommt, wenn der einzelne Klöpfler anfängt an! Aber das ist ne Zeitweg an der Knapp! Das ist doch auch noch eine andere Knappe! Ah, einer macht die Tür wieder auf! Der weiß es nicht, und hier ansonsten ist hier nichts mehr! Gibt es da zwei Knappe? Gibt es da zwei Knappe? Oh! Ah! Don't do! Du bist da! Du bist da! Was hier? Du bist da! Was hier! ich hab ich noch der Karte Mollei in der Läder nicht ich habe uns dieser knopf gut ist der tickt dreimal und dann geht er aus oder ich kann eigentlich gar nicht davon aber 1 1 der tickt sogar noch zweimal und dann geht er aus brauchen ein ball mit wo alle kriegen nein er hat sich mal schauen okay ich glaube ich weiß wo ja die frage aktiviert wenn das mit dem klar das war ein problem damit ich niemals schnell Niemals in einem Jahr. Warte mal, drück meinen anderen Knappsa-Ton. Drück meinen anderen Knappsa-Ton. Wer macht denn noch die Türe auf? Also das was ist doch... Ne, leider nicht. Scheiße, da muss ich aber verdammt schnell sein. Das ist unnormal. Nicht unnormal. Warte, komm wieder raus. Komm wieder raus. Komm wieder raus. Ob wenn ich einmal draußen bin und die Türe fliegt sicher, wird jetzt auch wieder Zeit begrenzt dann. Müssen wir jetzt wieder machen, dass ich reinkomme. Ja, passt schon, passt schon. Du musst, du musst nicht mir folgen, sondern... Ja, ich geh dorthin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mach ein Portal dort. Hier? So. Und jetzt mach das andere Portal... Machst du denn jetzt das andere Portal? Scheiße. Ähm. Weil irgendjemand muss das Taser-Dach hinlenken. Ach, Mann. Was tue ich? Ich bin runtergesprungen, Idiot. Mann. Was du tust, Hala. Was du läst? Ach so, das passt. Ich sehe ein Gitarre, ne? Aber ist denn überhaupt ein Gitarreform? Ja, leider. Ja. Ganz abgesehen davon, dass da drin keine Portalfette ist. Aber warte mal, warte mal genau genau. Wir machen das nicht so. Ich muss aber hier drüben bleiben. Bleib hier drüben, bleib hier drüben. Yo. Auf der anderen Seite der Brücke. Auf der anderen Seite der Brücke. Die andere Seite. Also... Nein, auf der anderen! Okay, okay, okay. Tschüss, tschüss. Mann. So. Jetzt sagt er dann jetzt gleich, aber warte... Warte, du musst da werden. Genau da. Genau da passt schon. Da reinen gelenkt wird. Ach so, dann wurde es Portal da, wo der Läser reinen gelenkt werden muss. Dann wurde es Portal... Warte recht. Warte recht. Ganz schnell. Wurde mich auf den Mond drücken. Naja, wir waren zu langsam. Du kannst ja endlich wieder zurückgehen. War ich zu langsam? Nein, es hat doch gerade noch gekreicht, wenn du es kettest. Aber es war zu langsam, ja, insgesamt leider schon. Ja, kann doch nochmal... ... 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 aber ich glaube an die wollen wir wissen an Leute so ist er wir haben den Ball Nice wir holen, holen uns den Ball mit seinem eigenen Leben Da drüben, da drüben, leg den Laserraum, leg den Laserraum, leg den Laserraum, leg den Laser, genau nach hier, nach hier hin, ja genau, pass, okay, jetzt kommen wir mal her, gut, jetzt können wir nämlich den Ball hier mitnehmen, und dann haben wir es geschafft, yeah, so viel Umweg, nur für einen fucking Ball, fick dich. Typisch, sag ich mal was, auch mal geil, wenn jemand am Anfang schon zeigt, wenn ihr, auch schon geil, wenn jemand ganz am Anfang schon den Ausgang zeigt, dann denkt man sich nur, hey, fickt er echt, hörst du das bald, man, sehr gut, ja genau, du kannst uns auch mal, Arbeit leisten, muss man sich auch nochmal sagen, also. Okay, nice, also wie viele Summary Chambers gab es noch mal da, damit, also jetzt sind wir ja da, so am Ende, ich bin jetzt noch vier. Hat er was? Ja. Ja, haben wir nicht gerade schon die Summary Chambers 109 gespielt? Ja. Warum jetzt schon wieder? Wieso ist es doch 110? Für mich steht 1009. Bei mir steht 110, bei mir stand gerade 110, das ist ganz normal. Der Anzeigefehler. Ja, 110. Ja, ich wurde 110. Das ist noch mal, ich gucke, ganz interessant. Bambury. Vitoria, alles klar. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Du sollst auf die andere Seite gehen. Die ist nicht aufgegangen, die andere Seite. Aber gut. happy, was? Hey, was, was, was? Bleib, 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 bleib. Komm, komm! Bin wie alt! Ja, das ist doch... Da ist nicht mal eine Portafel, bin ich. Da ist er vor uns. Ich verstehe jetzt nicht. Ich hab jetzt einfach nichts von meinem customizable. Ja, aber er steh jetzt aber vor uns. Das war mein Timo. Ach, hä? Achso, sind aber auch die hier. Sind aber auch die hier. Ah, ein unendlicher Fall. Nochmal, nochmal. Genau, du drehst jetzt, dreh jetzt erstmal hier hoch. Dreh die, dreh die davon, du weißt schon was ich meine. Und dann, ja. Und dann ziehst du ein Portal. Ja, das hat nicht mehr gereicht. Ja, das hätten wir ja vorher. So, du gehst wieder hoch. Ich weiß schon was du meinst. Oh, was hab ich. Weiß schon was du meinst, ich hab nur wandelt zu langsam. Ich war nicht vor Vorbereitung. Bis du darfst zu. Hm. Wir sind mit diesem Zusammen. Ja, nein. Du gehst ein. War da, wollte ich. Stimmt. Wir sind aber sicherlich gleich wieder getrennt. nicht, ich hab was übrig. Ich hab das nicht zu vertreten, ich hab das nicht zu verletzt. Ich hab das nicht an Learnings gemacht. Ich hab das nicht davon lautet. Ja, ja, ich hab so viel Zeit. Das ist nie so, ich hab' die andere Blocke. Das ist doch nichts ungewöhnliches von uns. Noch genug Wäsche ab. Ich glaube an uns. Obwohl, das du hier eigentlich nicht, aber egal. Alle Türen? Alles? Alles klar. Komm, komm. Jo. Äh. Da. Versuch ein Viereck. Viereck. Hab ich noch nicht gesehen, Viereck. Bleib mal dran. Dann zieh ich mal oben. Dann drück mein Portal zurück. Geh mal drück mein Portal zurück. Schlau auf der anderen Seite. Dann drück mein Portal zurück. Ich denke, irgendwas direkt würde ich nicht fehlen. Okay. Ist nix. Ist denn die Lichtbrücke? Ist die Lichtbrücke? Ist die Lichtbrücke? Ist die Lichtbrücke? Ist die Lichtbrücke? Ja, ja, Lichtbrücke. Moment. So geht's auch. Geh doch auf die... Mein Portal und mach's hier. Ah, Junge. Geh doch auf die... Mein Portal und mach's hier. Ah, Junge. Ich würde mich hier das rote schießen können. Egal. Na ja, egal. Ich würde mich... Bringst dir was? Ah, ja. Ah, okay. Hier geht er. Schenkst dir auch. So sieht Tadermat aus, wenn er... Wenn ihm langweilig ist. Oder holt sich ein Rücken. Ja, mach da. Also, wie geht's jetzt weiter? Moment, ich trink was. Warte. Fahre ich Ihnen was vor? Lois, schon 21.30 Uhr. Lois, schon 21.30 Uhr. Lois, schon 21.30 Uhr. Richte Zeit, weil geht übel schnell. Okay. Deswegen, wir haben nicht immer Zeit. Ah, Adam, ich kenn dir was umschließen, wenn du willst. Genau, mach's von da auf dem Portal. Dann schau auf der anderen Seite. Nein, geh zurück. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Genau. Oder irgendwas ist sonst wo, oder wo? Genau, dann war was. Und ich lass mich retten. Genau, lass mich retten. Und dann ersetzt mein Lieder, wo's trankt, dann war es schon. Ja, das war. Na, du. Ja, doch... Ich hab' nicht glaubt. Na, du. Na, du, da, ich hab' nicht glaubt. Okay, warte. Na, du, da, ich mach' schon. chill dann live. Ok und? Würfel oder Ball? Und Würfel. Ok zum einen kann ich... Ok gut. Ähm Moment... Ich erstell den ersten... Oh ne gut. Ähm weißt du was du heute tut? Leid ich bin ja eingesperrt, ist egal. Ok warte mal. Da blab da, was für den Punkt? Ja ja Punkt hab ich hier. Achso du brauchst Kreuz und Punkt? Kreuz hast du auch schon aktiv. Warte mal noch zwei. Achso. Ah ok. Warte mal was. Warte mal was für einen Laser haben? Äh ich komm nicht durch, ich brauch beides. Punkt und Kreuz. Ja deswegen frag ich ja, weil du nur einen Laser haben. Habe ich einen Laser hab? Ähm. Nichts so aus? Du mal antworte ich vielleicht aber. Ich muss jetzt noch begehen. Nee. Ich muss jetzt noch begehen. Scheiße. Ich glaube ich muss jetzt noch begehen. Ah es da, aber da ist Laser. Da ist ein Laser. Äh aber den kriege ich, doch den kriege ich vielleicht. Ich hab ihn. Deswegen hab ich schon fehl. Ja ich muss jetzt noch begehen, weil ich brauch den definitiv, oder ne Quatsch. Muss ich gar nicht, ich hab. Ah 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 nice. So. Okay ich hab den zwei, aber nice. Okay gut. Okay. Okay. Soll ich kannst jetzt gar nicht durch die Tür ne? Äh. Äh. Ja jetzt. Ich krieg den mal hin. Ja. Geh doch, geh doch da durch du grünen Laser. Ist doch richtig egal. Ach ist egal. Okay gut. Ach so stimmt, sind jetzt da wir... Ja genau stimmt, hab ich auch gerade gedacht, ja. Ja genau, ich kann mich hier gegen den Mond lehnen. Ja da, 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 ich wollte ich noch gleich sagen. Ja. 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 Ah du bist unter mir oder was? Nice. Ja. Ja. Ja, du kannst jetzt mal was geben, was ja dahin. Ach so. Okay. So. Oh, cool. Lass an. Na. 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 Aber dann ist auch kein Dampuck zu laufen. Ah! Warten. Okay, aber den kriege ich. Habe ihn. Nice. Wo brauchen wir denn denn? Ich weiß nicht, wo er war. Was machst du, Urfling? Rutsch runter, ne? Alles nochmal machen! Junge! Ah, hier, schau mal, hier sind sie. Du kommst da nicht wieder hoch. Ja, ja. Oh ja. Dann müssen wir die beiden sagen, die Dinger alle wieder aktivieren. Ach, hier, warum? Und ja, ich weiß jetzt, wo wir den Ball brauchen. Wir brauchen den da drüben. Nur zur Klarstellung. Ah, okay. Ähm. Wie du hast, wenn du da hoch wärst, wenn du da hochkommst. Du weißt, wenn du da hochkommst. Ähm. Hier hoch? Ich weiß nicht, aber... Wie hast du da reingekommen? Ach, wie ich da reingekommen bin mit Vieh-Eck? Vieh-Vieh-Eck. Okay. Warte mal, warte mal. Ich geh mal hier rüber. Ja, okay, okay. Ja, da ist Vieh-Eck, siehst du. Okay. Nein. Nochmal. Das ist ja genau. Ah. Und hier war dann X und Punkt. Alles. Also, ich renne wieder. Du musst hier dann mit Totale rüber. Okay. Okay. Okay, jetzt ist hier ein Glück für Neues-Bomb. Verzicht mal die Knotter. Ja. Otten. Das ist Otten. Dann haben wir ein neues-Bomb. Äh, wie war das nochmal? Was war nochmal das hier? Ist doch egal, was es bringt. Es bringt mir ein Laser. Ein Laser, genau. Stimmt. Okay, Moment. Okay. So, du kannst ja durch. Und dann wieder auf. Okay, gut. Adama-Würfel Transport. Die beste Möglichkeit, Würfel zu transportieren ist, den Adama-Würfel. Na, jetzt lernt man was wie durch Marvin, okay? Danke. Ich hab' schon verstanden. Die beste Möglichkeit sich zu transportieren ist die Transportierlichkeit Beams-Pipe. Bring ihn hier runter. Tu damit nichts anderes. Verstanden? Du sollst auch runter. Sicher? Ich bin so schwer hier hochgekommen wieder. Ja! Ja, ich bin jetzt nicht mehr tausendprozentig. Sehr gut. Ah ja, stimmt. Wie knoffig. Es ist ja auch mal was ganz Neues, ne? Ja. Er lässt sich auch nichts mehr Neues einfallen, weißt du das eigentlich? Ähm... Ich mein, bring ihn auf. Ja. Bring nichts, ich glaube wir brauchen da irgendwie ein Beam oder sowas in der Art. So einen umgekehrten. Schau mal kurz, geh mal kurz bei mir durch. Vielleicht musst du da irgendwas mitnehmen. Weil du kannst ja irgendwas mitnehmen, weil ich kann ja die Tür aufmachen. Schau mal, schau mal, schau mal da durch. Genau. Schau mal was du mitnehmen kannst. Warte mal. Ja, genau, 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 das ist es. Bist du? Du musst nur müssen überlegen, was man kann und dann was daraus machen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube zwar nicht, dass wir beide gleichzeitig drücken, dass wir nicht beide gleichzeitig drücken müssen, aber... Okay, gut. Ah, die sind dauerhaft aktiviert, okay, gut und jetzt. Ah, knuffig. Sehr gut. Ja, klar, das tue ich auch. Oh, der hat Horting. Was? Oh mein Gott. Marvin, wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Was meinst du mit fast? Was ist die letzte? Hm? Was ist die letzte? Ja. Ich weiß, ob ich jetzt glücklich oder traurig sein soll? Ey, wieso? Ich hätte noch... Ich hätte noch 20 Maps oder so erwartet. Ich sage schon, ich habe 15 Jahre zugehört. Ich habe dir aber nicht zugehört, weißt du doch. Okay, die letzte Sombrity Chemer ist drei Leute, genießen sie. sie auch wenn sie schon wenn sie euch schon im auge weh tut nein hat eigentlich habe ich gedacht dass ich was ich weiß ja noch die abmachung und so aber ich weiß nicht sondern wirklich das spiel heute noch wechseln ich mein gothic können wir doch immer zu sagen und dann machen wir noch seine maps wenn er unbedingt wollte also in der zuschauer ich wollte dass wir die noch machen was ich hab gar nicht verstanden dein englischer zuschauer wollte doch noch was für seine maps spielen der kann ich kann ja nicht so viele sein im spiel im auch anschreiben was mache ich dann nach der mp und dann schauen wir mal auf er hat wenn er wieder da ist machen wir das vielleicht noch weil ich hatte eigentlich geplant dass wir heute noch dass wir auch die kompletten taten noch nicht so etwas zu denken aber hat nicht ganz gereicht wenn ich wenigstens noch nicht nur auf die spiel ja schon gut so gut da Prozent fehlt das das macht man muss versuch knöpfe zu wagen und der versagt total sehe ich schon macht das ist doch bestimmt ich weiß dass du gerade was macht er nicht aber ich weiß was was passieren muss so lange aber es war richtig gut in so was hier auf der anderen Seite und es aktiviert die Wand ich springe dagegen oder so, keine Ahnung so, passt ich springe ein Viereck, was hat ein Viereck gebracht? meine Ahnung alter, alter ich habe zu lange nicht geblinzelt Alter Alter Alamat Alter Bist du noch da? Der Bild ist gerade weg Ich habe seinen Discord abgeschmiert Ah, da hat er Verbindungsversuch, dann ist er wahrscheinlich ein Portal auch abgeschmiert ich habe mich schon gewundert Ok Ja Da haben wir jetzt kurz Zeit, Leute Er muss erstmal seine Sachen wieder herstellen Das entschaue ich mal bei ihm Warte mal Hab ich da ernst? Hat Franchive is Magic noch im Titel stehen? Oh mein Gott Alter Ich habe den falschen Titel reingemacht Wie dumm Ach Naja, egal Ich erinnere es später Ich bin nicht auf Twitch Aber nicht auf Twitch Twitch bleibt es noch Ich kann nochmals da fuckt auch immer total rum, alter Ich sehe hier 10 Millionen Videos von dem. Dann muss man nicht live übertreiben, wo du endet ja. Der müsste mich irgendwann automatisch hosten. Wappen hier rein. Wow, Werbung. Liebes, wow, Werbung. Dankeschwitsch, wie nett du bist. So jetzt. Wie ihr hört, da sag ich gerade was. Wie ihr hört, habt ihr doch gerade die Werbung nochmal gehört, nice. Also ihr seht sie an den Anfang. Dann mach ich mal leise, sobald ich die Werbung höre. Mit meinem Handy steh ich dann auf ganz laut, damit ihr zu lange ertragen müsstest, die Werbung. Seid nervig. Ob das offline ist. Ich habe da jetzt noch ein Video aufgeladen, wo ich ein Spielgebiet habe. Wo stand, dass es kein Spiel ist. Und das habe ich unter dem Let's Play Entscheidungs-Dropper-Link dieses Video reingepackt. Aber keine gute Idee. Also ich habe nur drei Aufmerks auf dem Video. Wobei... Keine Ahnung. Entweder haben wir einfach nicht gecheckt, dass es dieses Spiel da ist oder so. Keine Ahnung, da hat auch keiner drauf gelegt. Ehhhh. Ein Schaueres-Besbyes-Hüttt-Hüttürk- sund Planck ist. Krass, 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 krass. Hallo Marvin. Hallo, wo war's schon? Also zuerst war Discord abgestürzt, dann wollte ich nachschauen, was los war. Hab gesehen, dass Discord abgestürzt ist, aber wer dessen ist Team und damit auch Portal abgestürzt. Dann wollte ich Discord neu starten, hat nicht geladen. Dann wollte ich Portal neu starten und da ist mein PC abgestürzt. Das hab ich mir auch gedacht. So, sollte ich das jetzt alles kurz neu starten? Scheiß doch drauf. Ah, Alter. Ich kann ja mal schauen. Ähm, ich frag jetzt mal... Ich frag mal kurz, ähm, den Typen hier, ob er immer noch will, dass ich irgendeine, ähm, Map von dem Spiel. Ich frag mal. Ich frag mal. Ich frag mich, was die Musik durch. Ähm, ich frag mal. Ich frag mal. Ich frag mich, was die Musik durch. Möhm, was ich mal gibt? Das macht mich nicht nur was, ich hab ich immer wieder gefühlt. Ich hab mal was, ich hab mich nicht nie gehört. Aber hier meinte mich, wie ich gar nicht. ok also der arbeit ist an 20 maps aber im moment will er nicht dass ich die warte mal aber er will dass alle seine dass alle von seinen getestet werden ja was denn jetzt also ja oder nein ja 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 ok 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 na na ok ok ein Schiff, 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 cherry cream, cherry cream, cherry cream, cherry cream. Schiff, schiff. Schiff, 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 sch Was hat er gesagt? Warte, warte, ich schreib grad noch mit ihm. Was schreibst du denn? Was antwort- was? What is los? What is going on? Warte. Okay. Ich warte. Okay. Okay. Uhh... endloses testen okay so ich möchte sonst noch mal kurz schauen ob ich hier irgendwie ok also wir müssen erst mal andere preis suchen also wenn du noch nicht dass du sie zack ja so ja Vielen Dank. Okay. Also heute Abend. Ja, okay. Okay. Gut. Okay, gut. Ich muss dir keine Sorgen noch machen. Ich kann mal rechnen. Ich kann mal rechnen. Dann sage ich nicht. So. Ich wollte auch mal. Du hast mal gesagt, dass ich die Kästle ist. Kann man entscheiden. Hallo? Ja, okay. Ja, ja. Okay, gut. Stimmt, das hat ich tatsächlich gesagt. Sorry. Ja, dann hast du dich ins Team umbenannt zu Hadamard LP. Okay. Oh. Hat er was? Ich. 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 Gott. Ja, das weiß. Ja, das weiß ich. Warum, warum ist das so witzig? Hallo. Ja, was? Warum findest du so witzig? Weil du ja immer so witzig hattest. Weil du ja immer öpsil und Tee hattest. Und jetzt plötzlich... Äh, das ist keine Öpsil und Tee mehr. bei mir geht es nicht noch mal kurz zu sehen wird sie noch mehr abgesehen für die jürgermeister auch ich habe es auch immer noch nicht was nicht mehr wir müssen ja auch nicht mehr die jürgermeister er ist es auch immer noch immer noch immer so egal wo mich so gut vermutlich wird vermutlich ich glaube es auch wirklich so ist der Mann ich habe mich an aber die Umgebung mit Niederländen in der Welt er noch nach die Böckchen haben er darf nicht weiter werden gleich nach und das er auch in die Welt ja es war sehr viel überlegt man den Emotionen von der Sache wir haben ein Problem ist nur Dass ich nichts hab, weil kein Tool bin, mit dem ich das machen könnte. Weil ich müsste dann alles runterladen, hochladen, runterladen, hochladen, runterladen, hochladen. Ach, kann ich aber gerade auch machen, ja. Alle Videos, die ich da auf dem Web mal hochladen, lade ich Leute runter, ja. Also auf meinem Kanal oder den Box. Und das braucht halt so ewig. Ich könnt, ich hab ja ne Website, mit der kann ich, könnte ich theoretisch... Was heißt, was heißt, wenn das dauert ewig? Ich hab gerade mal vier Minuten oder so gebraucht, um einen Datei auf Dailymotion zu machen. Ja, okay, okay, okay. Wusstest du, dass Dailymotion ne maximale Dateizeit pro Tag hat? Das merkt man zwar zuerst nicht, aber wenn man dann ne Weile immer wieder was hochlädt, dann merkt man das ziemlich schnell. Also, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich hatte nämlich so ein Tool gefunden, mit dem man wirklich von YouTube auf Dailymotion übertragen konnte. Ich konnte über den Link von YouTube eingeben und dann wurde es quasi zu Dailymotion direkt übertragen. Mit Beschreibung und so weiter. Hat alles geklappt. Tool funktioniert aber nicht mehr. Tool funktioniert aber nicht mehr. Und deswegen muss ich das behaupten. Was? Sowohl der Dailymotion eine Grenze von 10 hat, weil etwas Cacks an mich hält. Was sowohl der Dailymotion als auch? Obwohl der Dailymotion ja die Grenze von 10 hat und was ich nicht mehr Cacks an einem Video machen kann. Achso, du meinst. Achso, ich dachte, dass du meinst. Aber nein, nein, nein. Also, das ist ne maximale Videogröße pro Tag auch eingeschränkt. Die sieht man nur nicht. Die steht nur nicht. Nein, was ich meine ist. Was ich meine ist. Mit dem Tool. Und dann trotzdem alle Tags übertragen. Obwohl die Dailymotion eine Grenze hat eigentlich. Achso, nein, 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 nein. Wurden nicht. Natürlich wohl nur 10 übertragen. So wie es ja bei Dailymotion maximal erlaubt ist. Glaube ich jeden Fall. Ist es. Ich wollte ja nicht mehr. Das Tool funktioniert auf jeden Fall vielleicht. Ich weiß nicht, was bei meinem. Das ist so ein Handy-Tool. Man muss dann so eine App downloaden. Und dann kann man sich da anmelden. Und dann geht das. Aber ähm. Ich denke auf jetzt. Ich denke auf jetzt. Und dann kann. Und bei dem Tool kann man dann maximal 10 Dateien quasi verschieben. Und das geht halt ziemlich schnell. Weil die machen das halt. Das überträgt sich halt direkt. Weiß man halt. Das ist halt relativ schnell. Nicht den Knopf da. Nicht den Knopf da. Nicht den Knopf. Wartet. Aufs fleece. Wartet. Ob ich's? Nein. Nein. Ja! Ach du! ты wirstặt es見 Operativ auch gekommen. Du sch.. Joon, beep! Oh. Oh Okay, nice Soll ich? Ah ok, mach ich. Aber dann... Oh shit. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach warum machst du denn? Warum hast du denn nicht den Würfel an die Fluglinie? Der Würfel ist irgendwie... Der Würfel ist in den Schlag gelangt. Ja genau. Du musst wieder hochkommen. Du musst wieder hoch im Portal. Komm upp. Ja aber wie bekomm ich auf die andere Seite im Portal? Ja eben, das ist halt immer... Ach so ok. Geht genau, jetzt pack ich rüber nach links. Aber drückt, drückt die Würfel hier oben hoch. Und ohne Würfel hier hoch. Äh, ok. Wir können... Zuhause. Die Linke kommt ja hoch. wenn man hat es zum Beispiel auch so ausfüßt man es aber dann wird doch die Läne unterbrochen und er ist normalerweise sollte das nicht gehen mit dem button aber das wir sind ja mal bei uns nicht obwohl er hat ich hab ne idee ich glaub da gibt es noch mal jetzt Jetzt. Ich bin so gut. Ja, hallo. Wir machen das mal so wie eben. Ich glaub ich weiß, ich glaub ich weiß. Ich kann es noch viel, viel leichter machen. Ah stimmt, ich bin so süß. Ist auch mal was. Was ist wenn ich einfach so mach? Und ich... Ich hing im Strahlfest. Das war kein Problem, das war mein Problem. Ah, mal dich hing ins Strahlfest, obwohl ich gar nicht im Strahl bin. Das war ein Problem. Zu allem, ich bin das dabei. Da hab ich echt noch ein Problem dabei. Es muss mich aufpassen. Ich hab mich nicht aufpassen. da mit dem und es wie er muss hier nicht verkommen werden die beiden auch ein dritten mit spieler mit er und wir müssen alle gedrückt sein komplett eingedrückt sein dauer Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Warum fällt der Böffel jetzt auf, junger Böffel? Ich bin ein Idiot. Ah, jetzt weiß ich auch nie. Machen wir wieder einen Böffel da hoch. Machen wir wieder einen Böffel da hoch. Das kommt weiter hoch. Machen wir wieder einen Böffel da hoch. Und dann geht das nicht mehr hoch. Nein! Bleib du wieder unten! Bleib du wieder unten! Ja, ist gut! Jetzt! Geh kurz! Geh kurz runter! Geh kurz! Geh kurz! Geh kurz runter, wieder drauf! Oli macht aber so. Oh nein, nein, nein! Du sollst das auf der anderen Seite machen! Mann! Du sollst das auch. Trotzdem, du sollst das auf der anderen Seite machen. Jetzt. Vor dem Würfel. Okay, jetzt ergibt das auch Sinn. Du den Amelwürfel. Was soll ich gerne anholen? Oh nein. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn die Tür aufschauen. Das scheint nicht, als es sammelt. Aber es geht. Es ist sammelt, was wir glauben. Ich habe trotzdem auf, was geht. Ohne Würfel. Das ist dumm. Wenn der Würfel kaputt geht, dann... Ohne Würfel. Ich hab' das. Ich hab' das nicht gemacht. Neils, 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 neils. werden wird er wird er die würfel mitnehmen aber trotz unsere betalige das hätte ja auch wenn er mit einem hämmer editor arbeitet mit einem extra machen kann aber er ist für sich so an das hätte mir eine riesige rei beendet das was stimmt sie haben eine riesige rei beendet die keine reihe war ich habe das finale mit dem sie es gemacht das ist weil das passiert trotzdem Trotzdem. Wenn ihr euch mal was habt, könnt ihr euch mal was machen. Könnt ihr euch mal was machen? Könnt ihr euch mal was machen? Könnt ihr euch mal was machen? Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du weißt es. Ja gut, ich warte mal hier. Du suchst den zweiten Barton, ich warte hier. Autorove Personal Only. Aber das ist die Gladys Cake. Dispensary. Fast Cake. Oh, ne Box. Let's hier das Spiel in der Engine. Das ist in Port of the 2. Ich weiß. In Port of Stories gibt es ja auch. Aber da ist ein bisschen anders texturiert. Was wir jetzt noch gut gemacht haben. Wenn ich es noch texturierde, dann habe ich gar nicht so... Das kann ich nicht mehr bei den Typen. Du meinst? Hallermatt? Hallermatt? Du meinst, der hat einfach die... Du meinst, der hat die Half-Life-Texturen kopiert und hat das Ding mit reingefügt, oder wie? Ja. Ja, Standards haben wir die Chambers. Aber ich hatte nie besonders hohe Erwartungen an mir, weil das nicht mehr in die Mühe geht, als er es anständlich übernimmt und benötigt sich einfach alles zu haben. Ja. Und dann lassen wir das nicht mehr an Kurven, wenn es nicht mehr an Kurven geht, dann gehört das auch zu der Reihe, die nicht mehr an ist. Naja. Ja, der gute alte äh, Thumbury Chambers Maker. Der echt nichts besseres zu tun hat, aber naja. Voll allein Zuschauer, wie hast du uns gefunden? Wenn du mich hörst, dann erzähl mal, wie du uns gefunden hast. Ja, schon zu gefunden. Du wirst mich. War es für die Gehre? Ich brauche gar nicht erst die Frage stellen, sondern noch erst die Frage stellen, einfach nur zu sehen, wie es schon wieder geht. So traurig. Das ist echt schlau. Nicht normal. Das ist echt scheiße. Warum? Ich weiß es nicht. Aha! Nein. Soviel zu... Der Adamant dachte, es war ein festes Kabel, doch er fehlte. Knapp wurde erfolgreich gedrückt. Warte auf Antwort. Ich weiß nur, Herr André, der ist hier oben. Ich frage mich da. Glaubst du nicht irgendwo eine Portalfläche? Da ist doch eine. Oder? Ja, da oben. Wenn du da hochläufst, da oben ist eine Portalfläche. Aber aber nur bei dir. Oder was suchst du? Ja, ist da drüben keine Portalfläche? Ja. Ja, ist da drüben keine Portalfläche? Ja. Oder? Also, wohin? Warte mal! Jetzt entlang dieses Zledes. Karte mal. Also ich kann von hier aus auch keine Portal... ... Portal schießen. Ja. Vier ist immer diesen komischen Plan... Aber nein, 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 nein. Hier, hier kann ich meine Portalfläche schießen, in den Portal schießen. Ich drück den Knopf, drück den Knopf, Junge. Drück den Knopf. Ich muss da irgendwo reinspringen, aber wo? In der Fläche, wo man tief drunter springen kann. Junge! Das ist eine Dame, was macht den Weich kaputt? Wenn du da rankommst, kannst du rein. Oh, jetzt geh nicht zum Runterspringen, Junge. Ich seh nicht, wie ich zu dir komm, ich seh mich da hochkomm. Ja, wo hochkommst? Ja, ich hab's gefunden, nice. Ah, ok. Okay, ich bin auch bei dir. Ja, ja. Wird gedrückt. Wurde gedrückt. Fahrze auf Anfahrt. Nee, das ist aber was anderes. Fahrze auf Anfahrt. Es ist immer noch mehr. Noch mehr. Nice. Oh, ein Fettel... 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 Fettelbox hier. Die Fettelbox. Glockenzeig. Das ist zählendlich. Okay, auf Anfahrt. Ifhtelbox. Ja, ihr habt's hier. Oh, ein Fettelbox. Glockenzeig. Ich hab's gemacht. Ok, jetzt haben wir noch einen Würfel. Jetzt haben wir vier, äh drei. Das ist die Frage, warum haben wir jetzt gewonnen? Keine Ahnung. Kannst du die Tür öffnen? Nein, geht nicht. Habe ich schon probiert, aber geht nicht. Keine bessere Idee. Wir haben ja jetzt schon drei Würfel, aber wir wissen nicht, wozu die gut sind. Keine Ahnung, wir könnten mit allen Würfeln, die wir haben, dann riesige, riesige Treppen bauen und dann irgendwo versuchen, irgendwo hinzukommen, wo man nicht hinkommen sollte. Vielleicht kommen wir dann weiter. Nein. Was? Bist du dir ganz sicher? Bist du dir ganz sicher? Tatsächlich. ... ... ... ... ... ... ... ... was hat es jetzt gebracht was zurückbringen wozu sollen wir den würfel gebraucht haben wir lassen mal probieren weil mir nichts besseres einfällt darauf zu gehen nein die türe geht wieder zu um ab das nächste wollen da hoch da Ja klar, aber das sind doch unsere ganzen Würfel. Oh ja, stimmt. Scheiße. So, erste Box. Box Nummer 1. Hab ich dir einsam würfeln? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaub, die... Scheiße. Warte mal. Solange du eine Idee entwickelst, nehme ich die falsche, die falschen Weg. Ich hab keine Idee, sorry. So, gut, dann helf mir mal, dann helf mir beim falschen Weg. Ja. Ich nehm mich, ich hol alle Boxen, die es gibt. Kommst du? Bist du denn mal? Ja, ich hab keine Idee, wie viele das Ganze machen? ja klar war so eine bessere idee siehst du dann helfen lieber diesen sinnlosen unnützen komplett unnötigen das darfst du erledigen weil das eh die letzte summary james high ist und du bist doch eh immer der unnütze von uns beiden also ich frage warum du da nicht schon längst eingestiegen bist naja wahrscheinlich nicht also nein nein du bist schon nicht und jetzt habe ich aber nie gesagt ich habe mir gesagt dass du immer die unnützen sachen macht also die sachen die dann und sind wenn du wenn du welche macht die unnützt das war ich gedacht jetzt was ausgegeben hat endet jetzt haben wir die sachen und jetzt noch mal eins hoch hier ich glaube ich bin ja im Vielen Dank für's Zuschauen. nein na und das ist die zweite ok damit haben wir alle na ja was ich mein ok jetzt brauche ich nur noch ein weg dass wir die am besten transportieren können das ist nicht dahin weil das ist irgendwie voll gefährlich also nicht mal dahin was wird die hilfe im transport oder bist du da die liegen bei dir dann alle kisten die ich gewohnt habe die liegen bei mir drüben also da wo der erste knopf ist genau da siehst du hast du jetzt mal ein portal weggeschossen nein ich dachte schon wir müssen quasi alle würfel alle laser würfel quasi hier zurück in die testkammer bringen ja das ist nicht unmöglich dass es tatsächlich richtig entsprechen müssen wir es tun oder das wäre übel ich meine ich mache das noch schnell noch eine box ich weiß warum es nichts besonderes aber trotzdem geht ums prinzip jetzt habe ich das ganze schon vorbereitet naja so wie ich den so wie ich diesen typen kenne wie heißt er nochmal hier der jibschkola die jibschkola nah ich sag dir mal 2 jibschkola wie ist der jibschkola er macht nie irgendwas kreatives Er ist immer ein kreativer Ersteller von der Franchise-Matic-Reihe. Außerdem, ich spiele die Matic schon eigentlich ganz gut, ja. Man fühlt sich alle seine Sachen schon gut gemacht. Ich bin auch ein geborener Matic-Ersteller oder so. Ja, das hast du schon gut gemacht, wie du verstanden hast. Nice, bugger out of the map. Das ist doch nach meinem Geschmack. Geil, damit habe ich in der letzten, letzten Map noch mal ein bisschen gebackt. Also, damit bin ich in der Folge zufrieden. Gebe zurück ins Studio. Lass dir das immer noch warten. Wenn man die nicht wieder mitmacht. Peter nicht noch? Äh, paar Würfel? Oder hast du alle mitgenommen? Alter, echt alle mitgenommen. Wie schnell er war. Ich verschnelle deinen Kisten transport. Ich zeige das mal. Du kannst es dann zurückkommen. Dann muss man jetzt mal rein kommen. Weil ich weiß nicht hier drauf sein. Das haben mich mal noch mal einzulegen. Aber so, ich bin ja nicht der Typ, dass ich gerne anscheinend habe. was war es nur gesagt warum lässt du mich nicht rein gut meinetwegen aber nur kurz vor ostern und das kann man im mund aber stimmt kurz vor ostern ich muss hier musste ich ausfragen an oster aber sagt nichts mehr sehr geflasht das ich mich daran erinnern aber was ist zu geflasht das ich mich daran erinnern wo ist mond und punkt also was trinkendes ach so ich gehe bis zum und lau ok komm 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 jetzt war ich meines nein ja nein er er wird auch auf der Klinik er war auch um ein paar Jahre alt wenn nicht nur noch wenn die Börse die Anrufe Aachen von Baden-Württemberg Okay, also. Ah, okay. Gut, ich kann's hochkommen. Okay. Hier ist Safe Zone. Ah, okay. Stopp, geh wieder hoch. Danke. Raub noch auf. Okay, wenn ich dich durchlasse, dann musst du ganz schnell sein. Okay. Ab. Oh, oh, oh. Sie. 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 Alle müssen schütteln. Alle müssen schütteln. Das eine ist am Leben. Das eine ist am Leben. Tut's nur drei. Nimm die anderen die Hand, aber lass ihn am Leben. Was, ich komm, ich komm. Der war am standhaftesten. Der darf leben. Außenweise. Okay, Exit ist bereit, hat er noch. Let's death. Let's death. Let's death. Der Schammery Chambers. Willst du noch irgendwas sagen? Das war ein guter, der Schammer. Das war ein guter, der Schammer. Das war's, ich hab's. Ich hab's nicht. Sehr gut. Sag mir, sag mir, sag mir mal, dass wir noch sagen, dass wir noch mal die Werke eine Wurzel waren. Wichtig schlimm, irgendwie. Okay. Oh, alter. Okay. Oh, alter. Oh, alter. Finde ich fertig mit dieser Wurzel. Oh. Boom. Maisblau. Okay. Workshop. Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab' noch mal mehr drei, wenn du das formally aussuchen. Wenn du halt so etwas einzulassen wollen, wenn du, wenn du das aufmach, dann bist du okay. Dann ja das so. Ich schau' mal. Ich will dann, scha' mal schauen. Ich will dann, schau' mal schauen. Ich fang mal schauen. Ich fang mal schauen. Ich fang mal schauen. Ich fang mal schauen. Das war auf dem Schammer. Ich fang die Flaschmäu. Ok. Cooperative, beliebteste, bestbewerteste allerzeit. Haben wir denn alles? Was hast du denn für eine Webreihe rausgesucht, Halamut? Also ich habe hier zum einen eine Webreihe, die ihren Namen bespricht, aber auf jeden Fall ich habe eine Webreihe, wo ich die von Nine, Die Old, The Gentleman, die besteht aus über, ich glaube bereits, ich wechselte etwa, das ist Chakraslas, und dann habe ich noch Spare Webpack. Alles klar. Krass, 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 das ist immer irgendwas, was ist das eigentlich? Ich habe mich aufgelöst, aber aufwendig, ich habe mich, ja, in der Zeit habe ich mich entfordert. Wollte. Entscheidest du oder ich? Äh, wahrscheinlich, ich sag's dir gleich, also, oh, das war. Ich bin noch kurz, das machen. Ich bin nicht soweit. Ja, okay. Okay, okay. Okay, okay. Du, 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 du. Und dann. Ich hab ein. Kann man zampferisch haben, wir uns nochmal. S-U-N-B-U-R-Z-I-D-O-N. Warte, S-U- bbc sun bbc ja ich denke ich habe es mir dann stimmt james naja also wird essen dann oder ja aber tritt du jetzt eigentlich auch fahrrad lp oder das trüste noch auf die videos dann also So, ich will mit 9.3 anfangen, weil ich jetzt auf dem anderen Kanal jetzt mache ich einfach mal den Weg. Okay, krass. Ich möchte gleich kurz ein paar Sachen vorgeben, dann noch ein paar Sachen, ja. Ich möchte gleich kurz einmal das Ding beenden und das Regeln. Was sagst du? Ich möchte gleich kurz einmal das Ding beenden und kurz etwas hier regeln, ja. Ja, mach das. Also soll ich den auch kurz beenden? Ja. Okay, gehört. Kurze Pause, beziehungsweise... Ja, stimmt. Schaut wahrscheinlich bald wieder. Also, wir sehen uns. Ciao.